Musik Ich bin Henry aus Utikon-Waldeck und stehe hier beim Wasserski-Club Kham am Zügerweg. Das ist der Ort, an dem ich trainiere. Ich habe schon an vielen Wettkämpfen erfolgreich teilgenommen und vor allem an den Schweizer Meisterschaften viele Erfolge erzielt. Ich möchte gerne meine Saison in Florida starten und brauche deswegen eure Unterstützung. Es wäre echt cool, wenn ihr mir helfen könntet. Ich bedanke mich bei euch und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin Henry aus Utikon-Waldeck und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.